Der Rat zur Niederlassung ja, aber es gibt ja Möglichkeiten vor der Niederlassung, vor der eigenen Niederlassung und Verantwortung im Angestelltenverhältnis in die Praxis zu gehen. Es gibt die Möglichkeit in MVZ zu gehen. Es gibt die Möglichkeit Schnupperzeiten zu machen, die auch durch die KVen ja ermöglicht werden. Also man kann einiges an Erfahrungen sammeln, bevor man sich endgültig entscheidet. Vielen Dank.